Willkommen in Hogwarts. In welches Haus möchtest du kommen? Meine Eltern sind beide Gryffindor. Also Gryffindor natürlich. Noch einer, Mutiger. Komm mit mir. Das hier sind alles Gryffindor-Schüler. Du wirst mit ihnen die Zeit verbringen, bis alle in ihren entsprechenden Reisern untergebracht sind. Wow, cooles Tattoo. Was bedeutet das? Mein Vater hatte eine Blitznarbe auf der Stirn. Also habe ich ein Tattoo davon bekommen, als er gestorben ist. Das tut mir leid. Ich bin übrigens Anton. Alle Schüler melden sich bitte zur Sortierzeremonie. Sortierzeremonie, was ist das? Dort kommt jeder in sein entsprechendes Haus. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw. Als nächstes Patricia Potter. Hm, interessant. Eine Tochter von zwei Gryffindors. Schlau wie eine Slytherin, aber so exzentrisch wie eine Ravenclaw. Geduldig wie Hufflepuff. Ich kann es nicht glauben, aber du bist im Haus.